Das nächste Lied ist ein Stück über missbrauchte Freundschaft. Manchmal überkommt dich was und du weißt nicht genau, warum und wie, aber irgendwie hat noch nie wer in dein Gesicht geschaut. Das überkommt dich von Zeit zu Zeit das Gefühl, dass jeder von dir nur das eine will, du fühlst dich verraten, verlassen, verkannt, benutzt und unverstanden. Sie vernaschen und zerreißen dich, sie gehen, sie benehmen sich widerlich, sie wollen deinen Körper, deine Existenz. Wobei noch nicht mal einer von ihnen deinen Namen kennt, hat auch nicht danach fragt. Und deine Hobbys, die interessieren hier niemanden. Und auch dein Lächeln hat noch niemand geschätzt, weil jeder nur nach deinen Beinen lächzt. Sie wollen deine Schenkel, deine Haut und Fleisch, vielleicht noch deine Brüste, so zahlt und weiß. Es tut mir leid. Ich hab die ganze, ganze Nacht um dich geweint. Oh Brat Händchen, ich schwöre es, dass ich dich niemals, 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 niemals fässt. Solo. Oh Brat Händchen, ich schwöre es, dass ich dich niemals, niemals, niemals. Musik Oh, du bist so lecker. Was hast denn du für eine traurige, traurige Lebenszeit? Und auch so eine niedrige Lebenserwartung. Und Girlie, du bist super Brathähnchen. Und keinen Perspektiven als Ermestung und Schlachtung. Und es sind diese lauen Samstagabende, an denen ich flugs hinüberhupfe zum Brathähnchen Hugo. Und dort kaufe ich mir dann ein halbes Händchen ein. Ich trage es vorsichtig über die vielbefahrene Straße. Daheim wickele ich es äußerst behutsam aus dem vorfett triefenden Papier. Und dann setze ich es aufs Sofa. Und da sitzen wir zwei dann die ganze Nacht. Und wir reden. Wir reden einfach mal so über dies und das. Das, was uns in den Sinn kommt. Wir reden über das Leben. Über Gefühle. Auch über Probleme, ja. Auch über Probleme. Und daraus kann ich sagen, dass so ein Händchen der Kürze seines Lebens doch eine Menge Frust anstaut. Ja, die sind hierzulande einfach von vornherein abgestempelt. Die haben auf dem Arbeitsmarkt überhaupt keine Chancen. Und ich muss sagen, lange machen das die Händchen nicht mehr mit. Und dann, wenn eines Tages Horden von halben Händchen durch unsere Straßen marschieren, ihre Flaggen hissen, ihre Parolen rufen, unsere Häuser stürmen und verwüsten, Ja, dann tut es uns auf einmal leid. Aber dann ist es zu spät. Denn wir, wir werden dann geviertelt. Manchmal überkommt mich was. Und dann fühl ich mich nicht so gut. Denn ich spüre ganz deutlich, die Brathähnchen haben Wut. Dankeschön.